Ich sehe euch jetzt was. Und zwar habe ich in Mastershausen bei dem Speakerslam einen Mann kennengelernt. Und dieser eine Mann hat mich wirklich von Anfang an berührt. Und gestern, als er auf der Bühne stand, hat er mich noch mehr berührt. Was ist an ihm so besonders? Er ist ein sehr empathischer Mensch, spricht aus seiner Seele und tut wirklich gut. Es macht Spaß. Und auch das, was er gestern erzählt hat, hatte Fundament, Substanz. Er hat mich berührt. Und er hat nicht nur mich berührt. Und da stehe ich dafür. Er wird auch euch berühren.